gesockelt gesockelt so dass das ist immer noch bei mir ist immer noch hier ja so wie gestern ernsthaft ja ernsthaft sachen darstellt nein 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 unglaublich fast ich muss das immer wieder weg du bist schon schlecht na ja ich weiß dass die beiden repeater falsch eingestellt sind das ist auch schon falsch wenn du eine glock machen willst wie war das noch mal ja so richtig wie wäre es aber vielleicht mal nur damit dass du nur einmal im kreis machst und der nur einmal herum geht meinst du dass das geht bis zu langsam wie wäre es auch alle wieder hoch stellen und dann stellt man die runter aber nicht vorher aber schon wieder nicht gemacht weil ich brauche sie da hast die langweile pur nicht mehr bloß schon wieder sind wir mal draußen ja kann es umbringen mach ich brauche auch noch steine keine lust nämlich denn da für ein stein oder holz endlich ruhe endlich ruhe ruhig gut auch mal zeit penis aber nur so kleines bisschen nervig so kleines bisschen meinst du ja hätte ich mal nicht so an ich habe dir mal ein paar essenzen in eine truhe eingetan kommt aber an welche truhe vorne an der ecke von der tür wenn man zu dir hinten reingeht zum lager unten ok weiß ich nicht also wenn man vom portal aus kommt weißt du den machen wir nicht ne naja dass die truhe nicht überall den ganzen ding ab unten die direkt neben den eingang steht also wenn man vom portal aus geht und neben dem obfam lang geht aber nicht wo das me system dann ist ne da ist eine dia chest die müllt das noch alles weg die hier ich bin noch nicht da mensch 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 welche müllst du denn schon wieder zu nach die da habe ich sie reingeschmissen das ist eigentlich voll das ist eigentlich meine truhe testruhe gewesen ach so nicht mehr jetzt ist es eine müllkiste ja weil du wieder zugemüllt hast ja ja habe ich nicht wirklich zugemüllt das sind doch nur ein paar sezenzen mehr nicht ja ja gleich in der ender chest reingetan werden sie jetzt schon wieder am sortieren ach du egal das war mir schon klar ich weiß wie tf ach so das ist meine zaun spack schon wieder dann siehst du das ist einfach nur die bestrafung ich bin schon durch zum portal durch und mit einem äh geht der zaun los das sind für ein heiß eigentlich grün mit zum komischen kackborn streiten oder magic irgendwelche magic dinger weil ich hier bei mir aufstehen na ja einfach ein paar bäume so reichen ich brauche mir nicht wieder heiß aber jetzt kannst du haben ich brauche Bötschhut sag doch mit Minimumzone einfach umwandeln nein ach so habe ich schon welche gepflanzt ok aber noch vor der Aufnahme sehr gut hat doch was gebracht ganz seit unabhängig zu sein deswegen ist es mal genug gewachsen ich kann die ich kann die aber auch einfach in meiner baumform einfach umsetzen ach falsch kann das ja brauchst du aber nicht mach doch schon so meine umstecken hier habe ich noch so einen Hype ah ich habe ja recht viele Hypes immer um Bäume rumstehen ja aber die manchen sind diese äh schrecklichen Hypes ich nicht mag ja cool obwohl der Tank ist zu groß oder ja bam so großen Tank brauche ich gar nicht so tack blum 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 noch einmal so ein kleiner wo den stellen wir ganz in die Ecke rein du 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 1 2 3 das müsste doch eigentlich passen 1 2 nein tu das aber nicht doch nein oder oh nein oder oh nein oder oh nein doch nein ach das ist keine Ahnung du du auch keine Ahnung doch ich weiß ja was ich mache ja was denn ja das weißt du nicht blödsinn ne ne ich tu wenigstens was produktives mir fällt grad bäume ein wunder er fällt bäume ja ich fällt bäume 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 dafür metze es zu den Lebensraum der Tiere ab nein 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 die habe ich gesetzt die bäume ja ja das das sagen sie alle ja nur die rette einen Quadratmeter ne ne rettest auch einen Quadratmeter Wald ne wenn du ein bisschen trinkst naja sagen sie alle ist klar du mir auch mittlerweile könnte ich da drauf wohnen auf die Quadratmeter die ich gesaved habe ja ja nein ist nicht so ich könnte ihm ein schönes Häuschen drauf bauen naja bau dir mal ein ordentliches Häuschen das ist wie ordentliches Häuschen das ist schon eine geilste Hütte ja findest du bei dir sehen die Hütten immer alle gleich aus wenn wir da anfangen ja und habe ich gesagt dass ich immer schön baue nein ich baue immer produktiv du brauchst immer hässlich das ist nur produktiv bauen nein klar nein du bist schlecht bauen nein das ist einfach für die Produktivität nur gedacht mehr ist das nicht achso guck mal dran so der Tank ist auch schon mal fertig ja ja ich glaube wenn keine Mods drin wären dann würdest du mal anders bauen ne ja aber das Problem ist das Haus das ist fast wieder komplett leer ja mit allen Sachen also was soll ich denn kannst du das ja mal umbauen ne ach warum da kommt halt noch ein Dach drauf ja das Holz das andere Holz fährt umgeändert in andere Farben ok passiert noch was naja so ist das halt so nicht anders blub blub hin wie das Geräusch blub up ich da hab ich denn jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 stecks von den bildschut und 1 2 3 4 5 6 7 fast siebeneinhalb stecks von den setzlingen jetzt sag doch was gesagt hätte ich jetzt was gesagt hätte ich was anders gemacht mega und zwar habe ich in summe alles umwandeln ach nene was creeper warum stehst du da oben drauf weil er mich lieb hat mich nicht lieb springt das er alles in die luft hat sich so lieb dass er das in die luft springen will ja die ganzen setzlinge ja bei mir also das habe ich noch nicht gehört gab dem dacat sonst warum liegt aber nicht an mir und es geht voll auf die eier weißt du das ist so nervig wie du am rumpf fliegen was so nervig ist das also das verdient heute ich mach mal was was haha weil ich doch selber warum das denn sonst kommt wenn auch nicht vom besser und also kroner wieder immer das problem damit hast also warum nicht eine ahnung oder vielleicht weil das über den vierte biest launcher starten lässt hatte ich ja vorher schon also haha aber nicht ich habe aber ding doch auch ein fenster rein schön aus da ne fackel hin, da ne fackel fackel, fackel 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 dir gleich ein, ja ja dann ich hab's gehasst was? ich hab fast geahnt, dass wie das Geräusch kommt ja rede mal wieder lauter ne ich bin mich an konzentrieren, ich baue ja und dann wirst du ganz schön leise ja und ist doch egal nein weiß schon, wenn man deine Bekloppenstimme hören muss ja, für mich auch, du Arsch so, jetzt hast du es wieder bekommen ach, heul nicht rum heul jetzt nicht rum Mann oder Maus mämme nee, ein Pferd du bist ein Penis nein, ja, ich weiß, dass ich ein Penis bin, weil ich ein hab du Fötzchen du Fötzchen ich glaub, die übrigens noch gucken, die schönen grad vor den Kopf naja, warum stimmt gar nicht, das ist, ach ja wohl, das ist kurz vor, wieder ne Ende der Folge vielleicht nur Toll, nachher guckt das nicht mehr, weil immer seinen Namen saß was hast du gestern gesagt was ja, wegen chosen und tschüss chosen und tschüss chosen und tschüss naja ist doch auch gemein ne, warum doch darum ne, bin ich nicht doch bist du ne auch ich stehe nix für, dass deine Abonnenten das sich antun hier ja, frage mich aber auch aber bei dir kann, frage mich das auch heee was soll was soll ich auch antun bei dir ja, hallo tun sich einiges an ja ja das ist ein schweres aber, ne das ist irgendwie voll normal oder die setzen da so Leute drauf, so Informanten oder Agenten und foltern die einfach mit unseren Videos ja ist klar auch wirklich guckt euch diesen Schwachsinn an redet oder ihr müsst da weitergucken ja was aber auch eine scheiße, ehrlich heee das für eine scheiße das war ich gar nicht was denn nö warte nicht, ne mit dem Foltern unter Videos was denn ist voll die gute Methode bestimmt was sind das schaden ehrlich gib uns unsere gib uns deine Informationen oder wir foltern nicht mit diesen Videos dann müssten wir aber schon viel mehr Aufrufe haben ja, also viele hallo, guck mal wie viele Aufrufe und wie viele Videos wir machen ne viele Leute können die auch gar nicht foltern damit ne, ich meine jetzt auf den das wäre hallo, das wäre schon das würde Grenzen an Menschenrechten und sowas hallo die Leute die gequält haben haben auch Rechte meinst du? ja ach, vielleicht sagt er vielleicht so das passt auch schon mal jetzt machen wir hier eine schöne Wendeltreppe rein dann passt es wieder das ist das ist